hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video der noppensteinstube heute habe ich mal was ganz anderes für euch und zwar habe ich hier ein snowspeeder mock aus legosteinen gebaut und zwar bekommt man die anleitung bei brickwalt da haben wir das schöne stück brickwalt ist eine plattform wo glaube ich verschiedene mocker ihre anleitung anbieten so richtig durchgestiegen bin ich da noch nicht aber ja es sieht ganz danach aus dass hier wurde angeblich von flying waffel oder wie auch immer ausgesprochen wird entworfen ja ein sehr schönes teil da ich mal angefangen habe den cave god 8080 zu bauen der wohl nie fertig wird weil er wirklich so grausam zu bauen ist dass da alles auseinander fällt und ich dann glaube ich nie mit fertig werde habe ich aber trotzdem diesen snowspeeder mal gemacht man liegt preislich da nicht gerade billig weil es sind viele steine bei die nicht gerade leicht zu bekommen sind ich habe mir die über bricklink besorgt einige waren natürlich auch schon in meinem eigenen fundus aber ja bricklink hat mir einige steine noch dazu beschert das ganze hat ungefähr ich weiß gar nicht zwischen 60 80 euro gekostet ich bin auch noch nicht ganz fertig wie man sieht hier vorne kommt eigentlich auch so ein stein rein in weiß der hier oben so eine abgewinkelte ja so eine glatte ecke hat so ein winkelstein der oben so eine glatte ecke hat und der wird hier oben auch eingesetzt ich habe jetzt hier ein 1x2 eingesetzt und ein 1x1 und ja es sieht jetzt nicht ganz so prall aus als wenn man diesen stein da rein setzt aber für mich reicht es erstmal weil diese steine sind leider selten vertreten wenn auch meistens sehr teuer und ich habe meistens nie händler gefunden die halt für ein paar cent wenn sie die gehabt haben auch verschicken also das ist immer ein bisschen problematisch wenn man da nicht gerade andere steine bei diesem händler bestellen möchte dann bekommt man die halt wirklich nicht so leicht das teil sieht cool aus ich finde ihn den besten snowspeeder momentan auf dem markt die snowspeeder von lego sind leider echt immer nicht ganz so cool der letzte von lego sah sehr gut aus aber kommt trotzdem nicht an diesen hier heran so sieht das ganze von unten aus ist die weiße version man könnte auch noch eine sandfarbene version oder in grau halt auch bauen das ist halt dann ja in dieser anleitung mit gegeben dass man eine andere farbe bauen kann man muss aufpassen beim anfassen ich bin gerade wirklich sehr vorsichtig weil viele teile fliegen dann einfach ab hier hat man ja auch diese landeklappen oder oder steuerklappen die man im film auch immer ganz gut sieht wenn sie irgendwelche kurven fliegen die kann man halt hoch und runter machen sind auf beiden seiten coole sache hängt aber irgendwie nur an einer noppe hier hinten dadurch wie man hier schon sieht wenn ich dran wackele es ist ja mit vorsicht zu genießen trotzdem schönes teil hier zeige ich euch mal das cockpit einmal öffnen habe ich zwei piloten drin sitzen die hole ich jetzt auch nicht raus auf die gefahr hin dass mir dann nämlich alles auseinander fällt sieht aber witzig aus schön gebaut innen hat man diese dark ten steine auch noch mit verbaut eigentlich könnte man jetzt hier auch konsolen hin machen halt irgendwelche star wars steine wo ja irgendwelche bedruckten konsolenteile aus raumschiffen drauf sind hatte ich jetzt kein star ich habe es einfach grau gemacht mein gott wenn das teil zu ist sieht es kein mensch ich stelle es so hin werde mir demnächst noch einen ständer bauen wo ich ihn halt etwas schräg dann halt so ins regal rein stelle aber ansonsten wirklich ein schönes teil auch hier hinten hat man eine kleine spielfunktion die auch mit sehr viel vorsicht zu genießen ist hier unten ist ein rad dieses rad kann man dann drehen ich drehe jetzt mal ein bisschen dran weil von alleine kommt es nicht raus und dann kann ich dieses seil hier heraus ziehen das heißt ich könnte diesen enter haken an die 8080 beine machen und so tun als würde der snowspeeder die beine des 8080 umwickeln dann muss man halt dran drehen ich versuche es gerade sehr sehr vorsichtig und man sieht der haken geht wieder rein coole funktion finde ich witzig dass sie das eingebaut haben muss man ein bisschen gucken dass man ihn wieder zentriert so sieht es cool aus auch hier oben diese hapune auch sehr sehr cool gemacht dieser kleine schraubenzieher in schwarz ist auch relativ schwierig zu bekommen von lego muss man echt sagen erzielt ganz schön heftige preise wenn man bei bricklink danach guckt ich hatte gott sei dank von irgendeinem zing baos hätte noch so ein teil über und konnte das dann dafür nutzen das war eine sehr glückliche sache die ich da dass ich da dieses teil noch rumliegen hatte ist immer schön wenn man manchmal auch irgendwelche anderen sets hat die mit lego nicht zu tun haben um einfach teure teile durch billige teile zu ersetzen gibt ja viele die das halt nicht mögen ich persönlich bin ein großer freund von den ganzen steinen die jetzt nicht von lego produziert werden weil sie einfach günstiger sind ja soviel zu diesem mock ich hoffe es hat euch mal gefallen was anderes zu sehen ab und zu baue ich halt auch solche geschichten demnächst werde ich mal gucken möchte ich mir mal ein badmobil bauen was ich mir auch bei brick wall wahrscheinlich dann die anleitung holen werde da muss ich mal schauen was für steine da wieder so drin sind weil manchmal sind da echt steine bei ich wollte aus justice league mir eigentlich eins holen aber da ist irgendein cockpit teil was man da schon sieht auf den bildern wo ich nicht mal weiß in welchem original set dieses cockpit vorhanden ist und demnach möchte ich wahrscheinlich keine 30 euro bei bricklink für dieses eine cockpit bezahlen also da werde ich wohl abstand von nehmen da muss man immer mal gucken sehen toll aus manche sets aber die teile sind manchmal echt schwierig zu bekommen das ist echt ein graus ich werde mal schauen was für ein teil das ist ob das erschwinglich ist oder nicht und dann werde ich mir vielleicht das badmobil bauen oder nicht gut ja dann sind wir auch mit diesem teil durch ich zeige euch immer noch so ein paar ansichten hier so nebenbei während ich irgendwelchen kram quatsche das finde ich auch ziemlich cool hier hinten dieser dieser grill den man hier gebaut hat das sieht schon genial aus gefällt mir richtig gut ich mag den snow speeder echt gerne und dann sind wir damit durch ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gebt mir einen daumen nach oben lasst auch gerne ein abo da falls ihr es noch nicht getan habt um kein weiteres video zu verpassen und schreibt mir auch gerne in die kommentare was ihr von dem teil haltet habt ihr vom brick vault auch schon mal was gebaut und da bleibt mir nichts anderes zu sagen als die noppensteinstube sagt tschüss